Liebe und willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch meine Neuzugänge vom Oktober zeigen. Der war ja nämlich Ereignisreich. Und deswegen fange ich einfach direkt an mit einem Buch, was ich von meiner Schwester bekommen habe. Und zwar von Amy Talkington, Live Forever. Aus dem Gulliver Verlag. Sie hat das wohl mal gefunden, wie auch immer. Es geht um Liv, die alles dafür geben würde, Merke mit ihrer großen Liebe noch einmal zu sagen, dass sie ihn liebt und noch einmal zu küssen. Aber Liv ist tot. Eigentlich. Ich bin gespannt. Das klingt echt gut. Das Cover habe ich schon oft auf Instagram gesehen. Dann war ja die Frankfurter Buchmesse und da habe ich ja auch ein bisschen zugeschlagen. Und deswegen kommen jetzt die Bücher von der Frankfurter Buchmesse, die ich mir gekauft habe. Als erstes zeige ich euch von Nadine Wurst. Sam Love, nur mit dir. Aus dem Sternensand Verlag. Das Buch kostet, oder hat irgendwas bei 14,95 Euro, glaube ich, gekostet. Es geht um die 17-jährige Sam, die eigentlich einen Freund hat, aber nicht so wirklich glücklich ist. Das sich, naja, nicht so vollständig fühlt. Dann taucht auf einmal die Schülerin Womi auf. Und ja, bei Sam verändert sich ein bisschen was. Es ist der erste Teil und ich bin wirklich gespannt darüber. Es ist eine Geschichte über ein Coming Out und die ganz große Liebe. Ja, das Buch hat etwas über 460 Seiten. Ich bin immer noch, ich muss immer noch Vladimir von Nadine Wurst lesen. Das nehme ich mir jetzt im Oktober vor, wenn ich es schaffe. Aber ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist nicht so kitschig. Aber so Bücher über gleichgeschlechtliche Liebe finde ich eigentlich ganz interessant. Wie gesagt, wenn das nicht so klischeehaft dargestellt wird. Aber das ist ja bei den Hideros auch so. Das ist oft sehr kitschig. So, es geht weiter mit Aschenpuddel und die Erbsenphobie aus dem Drachenmond Verlag. Von der lieben Nina McKay. Das ist der zweite Teil. Und ja, alle Happy Ends sind in Gefahr. Im ersten Teil waren die alle verschwunden und jetzt sind die Happy Ends in Gefahr. Spieglein möchte, dass wir ihn ab sofort Whistleblower nennen. Unterbricht Boris Meine Glanzen. Schon gehört. Es, ja, der erste Teil hat mich wahnsinnig zum Lachen gebracht. Und ich bin gespannt, wie dieser Teil ist. Und ja, auf Instagram habe ich schon gesehen, dass es viele wirklich unfassbar auch wieder zum Lachen bringen konnte. Und ja, mal schauen, wenn ich es lese, wann ich ein Lachflash brauche. Ich bin gespannt. So, als nächstes Regina Meisner. Ebenfalls aus dem Sternensand Verlag. Schwanenfeuer. Der Fluch der sechs Prinzessinnen. Das Cover gefällt mir wahnsinnig gut. Am Tag ein Schwan, in der Nacht ein Mensch, gefangen an einem einsamen See, mitten im Wald. Das ist das Schicksal der verwunschenen Prinzessin Estelle. Es erscheint ihr aussichtslos, den Fluch zu brechen. Der Sinn der rätselhaften Worte auf einem geheimnisvollen Bergament. Dass der einzige Schlüssel ist, bleibt ihr verborgen. Erst als der junge Jäger Aiden am Schwansee auftaucht, erhält sie neue Hoffnungen. Und so weiter und so fort. Ich bin echt gespannt. Das klingt sehr süß, sehr schön. Ich mag Regina Meisner, schreibe ich sie sehr gerne. Und ja, es ist scheinbar auch der erste Teil. So klingt dein Herz von Cecia Aran. Das ist das aktuellste Buch von ihr. Gerade auch erschienen aus dem Fischer-Krüger-Verlag. Die junge Laura lebt im Verborgenen, oder Laura, im Westen Irlands. Niemand weiß, dass es sie gibt und dass sie eine besondere Fähigkeit hat, die Welt zum Klingen zu bringen. Als der Toningenieur Solomon im Wald auf Laura trifft, fühlt er sich sofort magisch von ihr angezogen. Doch auch Solomons Lebensgefährtin. Die Regisseurin Boe ist fasziniert. Sie möchte einen Film über die geheimnisvolle Laura drehen. Über Nacht findet sich Laura in unserer lauten, modernen Welt wieder. Kann ihre Gabe ihr dabei helfen, das Glück zu finden und die Liebe? Klingt echt gut. Ich habe den Klappentext noch nie gelesen. Also ihr wisst ja wahrscheinlich, ich liebe ja Cecia Aran's Bücher und so. Und ja, alle Bücher habe ich auch signieren lassen. Die ich gerade gezeigt habe von dem von Frankfurt. Ich bin echt gespannt, wie dieses Buch ist. Wenn ich nicht schon so viele noch, so viele zu lesen hätte, würde ich direkt anfangen. So, weiter geht's mit dem letzten Buch von der Frankfurter Buchmesse. Das Buch hat meine Schwester für mich organisiert, weil ich zu dem Zeitpunkt ja in der Schlange von Niklas Barks, Schrägstrich, ich kassierend für erklärgestanden habe. Und ihr wisst ja, es ging ja nicht so gut aus. Es ist verbundene Seele Jenna und Twisten aus dem Drachenwohnverlag von Nika Stevens. Sozusagen die, die Fortsetzung von ihrer Trilogie, Verwandte Seelen. Und ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Die Trilogie Verwandte Seelen hat mich ja so geflasht. Also ich habe die ja verschlungen. Und sie sieht auch sehr schön wie gut. Ich liebe es, wenn in Büchern noch so kleine Verzierungen sind. Das finde ich so toll. Das ist echt schön. Aber das kriegen leider nur so Verlage richtig hin. Oder man hat ein Grafikdesigner. Sehr, sehr schön. Und ja, ich bin wirklich gespannt auf diese Geschichte. Wie gesagt, Verwandte Seelen habe ich ja gefressen, sozusagen. So, weiter geht's mit Rezensionsexemplaren. So, kommen wir zuerst einmal zu dem von Lily Oliver. Träume, die ich und stehle, habe ich euch bereits in meinem Lesemonat schon vorgestellt. Und auch als extra einzelne Rezension gezeigt. Es geht um Lara, die nach einem Unfall nicht mehr weiß, wer sie ist und eine Krankheit hat. Sie muss ständig reden, reden, reden. Auch das hat einen psychologischen Hintergrund. Und dann macht sie sich auf die Suche nach irgendwas, Rettung, Halt, wie auch immer. Und dann findet sie sich auf einmal in einer Intensivstation wieder. Sie hat sich um den Rengen geschlichen. Und sie sieht Thomas da liegen und mit ihm spürt sie eine sehr, sehr interessante Verbindung. Das Buch hat mich wahnsinnig geprägt. Es ist wunderwunderschön. Es liest sich super toll und ich liebe es. Über Vorablesen.de habe ich bekommen, Ich treffe dich zwischen den Zeilen von Stephanie Butland, ebenfalls aus dem Knauer Verlag. Ich habe das Buch, das ist mein Coventry Reading. Ich habe mal mein Lesezeichen, das ist nicht cool. So. Das ist mein Coventry Reading und ich muss sagen, das Buch, wenn es mich nicht in den letzten 150 Seiten enttäuscht, wenn das nicht noch so eine richtig krasse Wendung nimmt, wo ich denke, oh nein, dann muss ich leider leider sagen, dass das Buch echt Lieblingsbuchpotenzial hat. Wirklich, wirklich, wirklich. Es ist so unfassbar toll. Es wird aus der Sicht von Love Day erzählt und ich finde, Love Day ist ein so faszinierender Mensch, aber ich erzähle euch dann meine einzelne Rezension dazu. Also, sie ist tätowiert, sie ist ein bisschen, hat ein Piercings und ein bisschen anders, aber sie arbeitet in einem Buchladen und mit einem wahnsinnig tollen Chef und dann trifft sie auch mal Nathan und, also eigentlich trifft sie nicht Nathan, sondern Nathan trifft sie, weil sie hat ein Buch gefunden auf der Straße und als Antiquaritätsmitarbeiterin für Antiquarität, für Bücher. Da, ja, hat sie das Buch nicht in den Müll geworfen, sondern hat es mitgenommen und ausgehängt und dann kamen die nächsten rein und dann, ja, man lernt so beide Seiten so ein bisschen kennen, aber ganz viel auch von Love Day und ich finde das so interessant, diese ganze Geschichte. Ja, also, bis jetzt bin ich einfach nur hin und weg davon. So, ähm, ja, Pluraportal habe ich, vom Pluraportal habe ich mir diesmal, habe ich diesmal irgendwie nur Kinderbücher bekommen. Ähm, einmal Otto und der kleine Herr Knorf auf dem Monsterjagd, das habe ich euch bereits in einem extra Video gezeigt. Oh, du, dreimal ungewaschene Stinkelsocke, das ist ein schönes Halloweenbuch. Mein Sohn, ja, ich glaube, momentan liest er es irgendwie mit dem Papa, also mit meinem Mann, ähm, noch und, äh, ja, zum fünften, tausendsten Mal, schon, ne? Von Andrea Schomburg und Stefanie Reich. So, dann, ähm, habe ich noch bekommen, ähm, DC Superhero Girls Katana auf der Superhai, Superhero Hai von Lisa G. Es ist der aktuellste Band, es ist, es gibt, bis jetzt sind vier Teile rausgekommen. Ähm, ich hatte die anderen angefragt, weil, äh, in den anderen vorherigen Bändern ging es um, ähm, Moment, ja, Wonder Woman ging, äh, es ging um Wonder Woman, dann, Supergirl und Bad Girl. Und da ich, ähm, Supergirl und, also, ja, Supergirl total toll finde und Bad Man, Bad Girl auch toll, ähm, habe ich eigentlich angefragt, aber die gab's nicht mehr. Also hatte ich das hier, ja, wollte ich das dann haben und bis jetzt finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, ich lese es mit meinem Sohn zusammen, er schläft immer sehr schnell dabei ein, weil es auch hilfreich ist, also, ein Kapitel pro Abend reicht. so, ähm, ja, außerdem neu gekauft, ähm, von, zack, äh, Miraculous, die geheime Superheldin, habe ich euch ebenfalls in meinem Lesemonat schon vorgestellt, von Miraculous. so, ähm, was ich aber auch bekommen habe, im Oktober, war, war was ganz, ganz mega cooles. Und zwar, Kerzen. Ähm, von Cool & Co. Handmade with Love. Shosen, oder Shosen One. 100% Soy Wax Candle. Carry On Inspired. Das riecht nach Vanille, Wows und Kokosnuss. Das war ein Gewinnspiel. Und ich habe das, ähm, ja, ich habe das, äh, ich war, oder mein Sohn war zu dem Zeitpunkt krank, keine Ahnung, und habe ich die E-Mail auch erst einen Tag später gesehen, und dann habe ich sofort geantwortet, und dann kam aber auch am nächsten Tag war schon das Paket da, also es war übelst schnell. Ähm, und dann noch, ähm, My Own Connoction. Pumpkin Mocha Brief. Light on a Mocha. Don't try to order it from anyone else. I'll, it'll never turn out the same. Quote from and can you inspire, thank you. By Rainbow Rowell. Um, Nobody Yours. Libby's Pumpkin Mocha Brief. Coffee, Pumpkin und Chocolate. Ja, äh, äh, sorry, äh, das ist ein Fangirl von, von dem Buch. Fangirl. Was ich ja auch als eines meiner Lieblingsbücher, ähm, betrachte, für dieses Jahr schon. Ähm, und ich muss unbedingt auch Carry on lesen. Ich hab das als E-Book, aber irgendwie, ich darf mal schauen, ob ich es als E-Book noch lese. Dazu war noch eine Karte. Ähm, er schloss die Augen und sah sie wieder. Ein riesen Haufen sommersprossiger Herzen. Ich bin heute irgendwie ein bisschen glattelig. Eine Karte. Herzlichen Glückwunsch und viel Freude mit den Kerzen. Voll schön. Ich hab mich total gefreut, als das gekommen ist. Ähm, und ich weiß nicht, ob ich die anzünden werde oder ob ich einfach nur, ähm, die dastehen lasse, aber irgendwann werde ich sie vielleicht mal doch anzünden müssen. Zur Weihnachtszeit oder noch. Das krieg ich gerade, wenn ich auch. Auf jeden Fall, ähm, ist das eine sehr, sehr coole Fan-Idee. So, ihr Lieben. Das war's mit meinem, äh, neu zugegenden Monat. Ich hab ja einiges auch von der Buchmesse mitgenommen. So ein paar Sachen, ähm, ja, die hab ich euch ja alle schon gezeigt. Ähm, im November wird sich ein bisschen was bei mir ändern. Äh, ich werde mich, ähm, ich werde wahrscheinlich eigentlich auch operiert werden, ähm, im November. Ich hoffe, es kann ich, ich hoffe, ich kann es auf Dezember verschieben, aber es ist schon ein bisschen dringend. Von daher könnte es sein, dass, ähm, im November ein paar weniger Videos kommen. Aber, ähm, sobald ich den Termin habe, werde ich euch ein kleines extra Video machen. Ein extra Video auf ein Update-Video. Und da werde ich euch dann, ähm, jetzt nicht unbedingt erzählen, was ich habe. Ähm, das ist langweilig. Sondern, äh, einfach nur, dass es eventuell sein könnte, dass ich so einige Tage mal nicht online sein kann, beziehungsweise auch vielleicht so ein, zwei Wochen keine Videos drehen könnte. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Zeit, einen schönen Tag und wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Turnier. Bye. Bye.